Und hier ist der arme Hugo. Er hat ein Problem mit seinen hinteren Pfoten, sein Bein und er muss zum Tierarzt gehen. Wir werden eine Untersuchung organisieren und wahrscheinlich wird er eine Operation brauchen. Ein ganz lieber, er ist neu bei uns. Er kann nur das hintere Bein schwingen beim Gehen. Und wir brauchen wirklich Hilfe für seine Operation. Diese Woche kommt er zum Tierarzt. Wir werden ein Röntgen machen. Und ich bitte alle, die ein bisschen helfen können, der arme Hugo und uns zu helfen. Hugo! 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 Schau! Was für ein guter Boy! Was für ein guter Boy! Ganz tolle Basset bist du! Ein ganz toller Basset-Hund! Ja, ganz lieb ist er mit anderen Tieren und Menschen. Er ist neu bei uns seit ein paar Tagen hier. Ein wunderschöner Kerl. Ganz, ganz lieb. Und er braucht dringend unsere Hilfe. Dankeschön im Namen von Hugo und uns alle. Vielen Dank!